ja einfach mal hier ins loch springen ja und damit begrüße ich euch mal wieder zu einer was müssen wir ich habe nicht zugehört ach so darunter zu einer neuen folge dungeons für anfänger wir haben es mal wieder geschafft uns zusammen zu finden dabei haben wir natürlich wieder wichtigste personen den heiler den sender hallo und dann haben wir noch ein paar dds dabei unter anderem jolani und auch der becken ist dabei und ja unser welcher macht wieder den netten erklärbär weil ich war hier noch nicht drin skorpione hauen jetzt das sind aber keine skorpione aber die meintest wahrscheinlich trotzdem oder ich meine den großen der glutsplitter skorpion das ist das kleinste euch müssen wir umhauen das ist im weg aber ich finde das kleinste viel schlimmer als den großen das kleinste macht doch diesen grünen rotz oder ja das ist als als range ist das eher weniger ein problem da hast du mir die probleme gut dass ich kein mili bin obwohl ich gerade ein dass ich jetzt quasi so ein mili heiler bin auch das tolle das fängt nicht mal den weg weil ja bekommen das ist in den dungeons in der regel ja keine hexen kunst den nicht zu finden naja wenn man so klein und zwerg ist sieht man den vielleicht nicht unbedingt du meinst er sieht nicht mehr als den kiesel vorsichtig kommt doch nicht noch die wohlfassen sag das mal wenn tauren hier drin so ich glaube ich habe wieder meinen dunkelmarktführer dabei ich habe mal ein großes eil bekommen das heißt wir waren vor vier wochen also in den letzten dann im letzten dann schon hatten wir da hatten wir auch irgendwas bekommen für den dunkelmoor und jahr mag das mal abgeben kann bekommt man das nicht nur wenn der dunkel ist solange du das item hast so dann erst wieder abgeben genau wie heißt das buch auf deutsch dunkelmond führer ja ja ich glaube im englischen ist es ein ventures guide und da ist ja noch ein großer da waren die in der erde hat mich schon gewundert dass sie so schnell weg waren und da gibt es dann noch was ganz besonders dieses aber das sagen wir dann ja nicht voller und eine verzierte waffe da freut sich aber einer ja weil ich nicht mehr brauche dafür brauchst du die gleich beim dunkelmond jahrmarkt gibt tickets ja die flote und dann kannst du damit tausend fahren und panzer spielen und ringer werden aber ist doch geil also ich wissen kannst du mounts und zeug kaufen ich glaube die mounts und transportatems ok ich benutze ja den dunkelmond jahrmarkt immer wenn ich daran denke ich vergesse es ja meistens ja das wird wahrscheinlich auch der einzige weg sein wie ich auf meinem main juve auf 800 kriege weil ich werde garantiert nicht die sachen die jetzt noch grün sind weil was gelbes oder romschen das habe ich auf 785 nämlich nicht mehr machen um damit 800 zu werden weil die mats dafür kostet mich glaube ich irgendwie pro item irgendwie 10.000 gold oder so nein danke ok heiler danke heiler danke heiler ja ich arbeite dran das war doch dieser dungeon mit diesem extrem netten heiler oder also jetzt nicht heute damals ach ich glaub schon lange redet grad nicht im positiven sinne oder im negativen sinne total positiven sinne diesen total netten heiler der überhaupt nicht gestresst hat das war hier ja ja aber so schnell waren wir auch noch nie was wie jetzt oder wie damals mit dem netten heiler wie damals ja das stimmt aber es war schon irgendwie ein bester ja es hat auch keinen spaß gemacht nö das kann ich hier um spaß zu haben eben wenn ich auch ich hab das auch immer erst so 2-3 Minuten später gesehen weil äh ich hab nicht auf den gruppenchat geachtet was er immer so geschrieben hat war vielleicht auch besser so shadow mhm willst du die gegner nicht unbedingt immer aus meinem feuerschaden rausziehen entschuldigung wenn da was grünes auf dem boden kommt manchmal dann muss ich drauf da war nix grünes hätte aber was grünes sein können es war rot vielleicht ist shadow rot-grünfarben blind so funktioniert rot-grünfarben blind nicht echt also in meinem letzten job hatten wir einen Programmierer der hat uns seiner meinung nach ein rotes icon gemacht das war aber bin ich hier wieder runter? rot jetzt springen wir nicht in der Mitte runter? ja eigentlich ich glaub also ich springe jetzt in der Mitte runter du kannst da wahrscheinlich auch wasser ist wasser huiiiiiii ich komm hier nicht mehr weg war aber knapp ja war das mit den Kommlern ne? also man kann auch ähm so fallen dass man nicht im Wasser landet au du bist doch mal ja du hast doch ne Bubbel ach ja gut das merkst du dann ja das ist zu spät kann man den schon angreifen oder muss man den zuhören? ähm du kannst den Rockmover angreifen den drehst du bitte von uns weg genau umdrehen und wir machen müssen wir die Ads überhaupt machen? keine Ahnung ich bin Heiler okay dann machen wir manchmal die Ads gleich eben und wieder wir können es auch einfach lassen und gucken was passiert also ich weiß auf höheren Schwierigkeitsplan musst du die Ads machen weil der die sonst übers Zertrümmern glaube ich wohl angeblich mega viel Schaden macht das hat doch mich ins Wasser geschmissen ob ich euch die Ads auch abspocken oder sind die viele Pfanne ach allzu viel Schaden machen die nicht wir haben noch einen Heiler aber wenn du die Ads bei dir vorne hast ist es halt dann kann ich zur Not einfach egal ich mach jetzt Ads ich frag weil teilweise der ist ja so groß dass es schwer dann zwischen den Beinen durch noch was zu sehen kenne ich obwohl du das ist doch als wäre gut zwischen den Beinen durchgucken können nein ich kann zwischen den Beinen durchlaufen aber nicht gucken irgendjemand atmet ganz schwer das ist Jolani glaube ich ist ja auch echt anstrengend ich atme gar nicht gar nicht okay hab ich noch einen Energiegeträglichen total bekommen sowas machen Damen nicht wir haben keinen Dreck ja so lootest du du sollst tanken gar nicht das wurde mir automatisch zugeschoben glaube ich ja ja vielleicht es lag da so drinnen ne zu seiner Verteidigung den Dunkelmond Zeug kriegst du wirklich automatisch zugewiesenen Bosskämpfen darf das doch nicht verteidigen Mann wieso fängst du an die auf einmal zu verteidigen was ist heute mit dir los ist ist er voll verweichlich was soll das sorry du hast zu lange nicht mehr mit uns gespielt glaube ich das ist es einfach oh ich bin außerhalb der Reichweite grün 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 Ich achte nur einfach drauf, was da für mich steht. Was die anderen machen müssen, ist mir doch egal. Jetzt kommt aus einer Teil, den ich immer noch nicht verstehe. Was bringt es gleich? Das brauchst du für ein Achievement auf Mythisch. Ah, okay. Da sind, glaube ich, irgendwo Schnecken am Rand. Wenn du die mit dem Fisch triffst, dann fallen die runter und dann kannst du denen später eine Steintafel auf den Kopf klopfen oder sowas. Ah, okay. Hier gibt es jetzt, nur ganz kurz, hier gibt es jetzt den Hämmerer des Tiefgesteins und der hat hinten seine Trommel des Krieges. Hier können wir ganz viel Trash skippen, indem wir einfach rechts dran vorbeilaufen. Nur, falls wir mal so einen Hämmerer haben. Ach, du kannst selbst die Gruppe hier weglassen. Ja. Echt? Ja. Also, wenn ihr einen hetzenden Heiler gehabt habt, habt ihr das bestimmt gemacht. Naja, ich habe ja gepullt. Nee, hast du hier nicht? Du bist ihm auch nur noch hinterhergerannt. Achso, ja. Allerdings, wenn ihr das irgendwann mal auf mythisch plus macht, dann müsst ihr hier einiges umhauen, sonst habt ihr nämlich am Ende nicht genug Trash umgehauen. Nur mal so als Tipp für die Zukunft. Ja, okay. Stimmt, und in diesem Dungeon ist es natürlich extrem scheiße, weil du kommst dann ja auch nicht mehr zurück. Also nicht, dass du die Zeitwahrscheinlichkeit hättest, aber du kommst auch nicht mehr zurück. Die Sehnen, außer jetzt müssen wir sie machen, ne? Cool. Oh, hinten ist außen nach auch noch eine Kiste. Also, ich weiß nicht, wie es auf normal ist, aber auf höheren Schwierigkeitsgraden die Prassler zuerst. Weil die werfen gezackte Scheiben und die tun weh. Dann machen wir das doch auch mal. Oho, ich halte mich eben selbst. Kann ich dir. Kann zumindest auch unterbrechen, das werfen. Gut. Ich verholt sogar einmal kurz beim Event raus. Also keine Ahnung, ob das Event noch ist, wenn Shadow das bringt. Nein. Okay, ist nicht mehr. Wir haben ja aktuell Halloween, wie auch immer das in der WD heißt. Schlotternächte. Schlotternächte. Ja, Schlotternächte. Schlotternächte. Und da war ich auch einfach heute als Heiler drin, weil ich als Heiler mal wieder weniger Wartezeit hatte. Obwohl ich mich echt frage, warum du dort überhaupt mit dem Heiler reingehst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich keiner heilen muss. Seit ich das Mount habe, gehe ich da eigentlich nicht mehr rein. Ich habe das Mount immer noch nicht. Ich habe das auch. Wie ist es denn hier? Macht man hier erst den Großen oder erst den Kleinen? Ähm... Ich bin tot. Keine Ahnung. Ich bin tot. Okay, ich warte mal eben bis... Alle tot sind, dann mache ich Reinkarnation. Ähm... Zu spät. Ich mache das. Ich fahre trotzdem oder muss ich nicht laufen? Ich warte auf deine Reinkarnation und lasse mich von dir wiederbeleben. Ja, ähm... Warte muss ich auch nicht laufen. Da ist allerdings gerade das kleine Problem. Wie heißt denn Wiederbeleben beim Schaman? Da. Geil ist der... Ey, komm, das ist echt ein Zauber, der habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Es gab doch, glaube ich, noch eine Gruppenwiederbelebung. Nur für Heiler. Ich war... Letzten mit dem Paladin war ich ja als CD unterwegs und dann habe ich beim Questen zufällig einen getroffen, der gestorben ist bei einer Quest. Also, kannst du mich wiederbelebnis so? Hm... Gleich? Gab es das nicht mal irgendwie als Gilden-Bonus oder sowas? Ja, das war ursprünglich mal ein Gilden-Bonus, jetzt haben es nur noch Heiler. Äh, gute Frage. Woran sind wir jetzt gestorben? Das ist eine gute Frage. Ich weiß halt nicht, ich glaube, wir müssen zuerst den Pestsplitter-Former töten. Könnte ich mir vorstellen, weil der hat Mana und eben haben wir den anderen zuerst angesossen. Ja. Außerdem ist er auch. Und wir alle wieder hier? Ja. Ja. Gut, dann versuche ich diesmal erst den Kleinen. Das ist so ungewohnt, nicht mehr zu buffen. Ja. Ja, ich vergesse das andauernd immer wie farle ich die, dass ich mich ja selbst buffen kann. Also, ich kann hier auch andere buffen, aber das mache ich immer und ich kriege mir die dann selbst zu buffen. Ich glaube, ich stelle mich mal so, dass ich nicht in eine andere Gruppe töten werde, eventuell. Das sieht doch gleich wesentlich besser aus. Und ich spiele jetzt zum ersten Mal meinen Paladin als Vergelter. Und das macht richtig Spaß. Ja, sogar ich habe Spaß an meinem. Also, auch wenn ich es ja total ungewohnt finde, ein Nahkämpfer zu sein. Ja, das finde ich nicht ungewohnt. Also, als Tanker habe ich da keine Probleme mit. Aber, ja, so halt finde ich es merkwürdig, ein Nahkämpfer zu sein. Versuche ich mal hier hinzufallen. Ja, das kommt leider der Kleine diesmal nicht mit. Ja, aber das ist kein Problem. Ich meine, wir haben ja ein paar, wir haben zum Not ja auch ein paar Fernkämpfer. Hm. Ich habe mich mal umpositioniert, damit ich nicht immer wieder 20 Schritte laufen muss. Ich hab' immer wieder da hinzufinden. Ich hab' immer wieder einen Monat. Ich hab' immer wieder darauf vermissen. danke da wird es wahrscheinlich reichen, wenn man die auf wenn man links tituliert, ne? ne, du musst den Raum du solltest den Raum hier freimachen, wir bekämpfen den Boss da hinten steht, bekämpfen wir hier und vor allem da hinten rechts in der Höhle sind hier scheinbar gestohlene Waren, falls wir die holen wollen ja lass uns einfach hier mal den Raum leer machen ja also ich weiß ja nicht, wie man, also mythisch macht man sicherlich den Raum nicht leer, aber äh, doch kommt der Boss überhaupt runter, wenn man den nicht leer ja, man muss den angreifen ja, aber ähm, der kommt auch runter, wenn du den Boss Raum nicht leer machst ja ach scheiße es gibt doch sicher ein Erfolg, dass man den tötet, während noch alle da sind echt? hätte ich hier entworfen nicht die Warenheit ich bin gerade irgendwie da auf dem falschen Gehirn zuerst gegangen ich auch ja, du bist Tank, das ist ja fast egal, auf wen du gehst, sondern du die Akku hast also, äh, Sender, wenn du Mana Probleme hast, ne, dann sagst du ich hab grad so gesehen, dass der Ball nicht so ganz toll war immerhin, da achtet nicht, jeder hat Tank drauf verleimt, jetzt hab ich schon wieder was Lobendes über ihn gesagt ja echt man fragt sich wirklich, ob du gut bist, oder wurdest du bezahlt? ja genau, bezahlt ist der Shadow ich mein, sonst lässt er ja auch regelmäßig die Leute für sich spielen, wenn er irgendwelche Sachen mal bei GTA oder so gewinnt, aber aber zumindest hab ich für das letzte Mal ne Ausrede, wo ich mit Demeter gewonnen hat, ne, die normalerweise für mich spielt, weil da waren wir zusammen ja, aber der, ja, 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 er hat wahrscheinlich beide gespielt ja, ja, genau außerdem war der Sender, der Sender war nicht da, um es mal hinzu sagen, also, vielleicht ja, ja, hm, ich will ja nichts sagen, ne, aber aber du willst was sagen das war keine Absicht jetzt habe ich auch jedes mal ich kann eine gruppe von vier mobs um mich rum haben die alle auf mich einschlagen aber ich drückt habe und das tag jetzt irgendwas was weit weg ist was nicht mit mir im kampf ist ja da habe ich auch schon des öfteren meinen computer angeschrieben der computer er kann da aber auch nichts für dem ist das aber auch relativ egal ob ich ihn anschrei oder nicht nach genau und 14 gold 70 so ein teil des mann des sieges bekommen schweinerei habe ich auch nicht der boss der boss spielt das hütchen spiel mit uns das was das hütchen spiel kennst das mit den drei hütchen und der kugel darunter der geht in eine phase wo er quasi in sich sind so ein stein totem verwandelt und da sind dann noch ein paar stein totems hier und die werden wild umhergeschoben und wenn er dann fertig ist dann kannst du die alle angreifen und muss natürlich das umhauen wo er drin ist das heißt da sollte dann jemand schauen dass wir da ein bisschen auge drauf haben das ist eigentlich das ansonsten die die klatschen in hände genau genau das und dann macht ich weiß nicht ob er das auch auf normal macht aber er target halt random spieler und dann erscheinen da neben dir links und rechts eine hand die nach ein paar sekunden zusammen klatschen da musst du rauslaufen ja auf mythisch sind es dann nicht nur zwei hände da sind es vier händen das heißt von links rechts vorne und hinten das heißt da musst du dann diagonal raus und auch wirklich rauslaufen weil selbst wenn die hände noch nicht zusammen klatschen wenn du dagegen läufst musst du auch schaden also da aufpassen war eigentlich glaube ich alles worauf wir achten das mit den händen betrifft glaube ich nicht den tank nee das mit den hütchen ist wahrscheinlich einfacher für ranger zu sehen weil der nicht in der phase hast du eigentlich genug zeit da generell drauf zu achten aber ich habe das auch noch nicht gesehen das ist aber das finde ich gut jetzt weiß ich endlich warum wir mal drei umhauen den Ja, das war's für heute.